Ja, und damit willkommen zurück zu Battlefield 1. So, wir müssen ja immer noch zu den Bahngleisen, wir sind das letzte Mal gestorben. Aber jetzt geben wir mal unser Bestes und geben hier mal richtig Gas. So ist das Ziel auf jeden Fall. Wir haben die Initiative, denn wie Sie hier hart und schnell treffen, möchten wir wirklich was bewegen. Also gut, wir ziehen uns los. Let's go. Wir sind in Bewegung. Verwirrt Sie und hofft darauf, dass Sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Weg, geschützt! Okay. Alles okay, fahrt weiter! Ein Panzer! Angriff! Komm, nochmal! Nochmal, komm! Alter, will ich zerstört werden? Das gibt's doch nicht! Jetzt, Adel! Okay, nehmen wir mal ein bisschen zurück. Und reparieren hier mal kurz. Was ist da noch mehr passiert? Woaaah! Shit! Was war das? Ist ja der Oberhammer. Geht es nochmal? Geht es nochmal? Blooper! Geht es schon! Geht es. Geht es! Geht es schnell! Okay Und ein Panzer Komm, das wird was Nice Okay Okay Kurz warten Ah Jetzt mal ein bisschen da rüber Gehen wir halt ein bisschen im Hintergrund hier Ja, kommt er Shit Das sind sie zwei Oh Mann Jo, ich weiß Ich muss gleich anhalten und reparieren Nice Jetzt Okay, weiter reparieren Okay, reparieren So Sieht schon wieder besser aus Okay, da ist noch ein geschützt Nice Hey, nicht übermütig werden, Jungs Feindliche Gruppe Wir sollten möglichst schnell nach Convray fahren, direkt die Hauptstraße entlang Aber genau von dort werden sie kommen Edwards, finde eine Position, an der wir sie erwarten können Okay Oh ben Okay Okay Oha Oha nochmal nochmal komm nochmal komm Nice Und nochmal Boom Wo ist der nächste, komm Lassen wir sie büßen Männer Komm nochmal Komm 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 Komm, und nochmal. Komm, 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 komm. Jawohl. Halt dich, ich will wieder rein. Dankeschön. Und der nächste. Und der ist schon auch weg. Noch mehr Truppen? Die bleiben da einfach stehen. Eine rollende Festung, bring mich in Schussposition, Edwards. Sie dürfen nicht in Reichweite kommen. Halt uns in Bewegung, Edwards. Jo. Komm, hau drauf. Und nochmal. Boom. Alles okay, fährt weiter. Was? Ein bisschen der dahinten, ne? Oha. Komm, komm, komm. Nice. Und weiter. Okay, wie geht's weiter? Bleib bei denen dran, bleib dran! Komm, ma. Sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig. Bleib konzentriert. Wir haben's geschafft, jetzt. Du hast es geschafft. Nächster Halt, komm. Sir? Edwards? Bewegung! Jo, ich bin dabei. Fühlt dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst. Mir geht's gut. Aber so viel Spaß macht mich müde. Bis jetzt. Okay, dann gehen wir mal die Weg entlang. Okay. Oh. Oh. Shit. Oh. Oh. Oh, oh. Nicht gut. Oh, nein. Oh, nein. Shit. Oh, das war's. Oh, das war's mit Bess. Der einzige, der überlebt hat, ist Edward. Erinnerst ihr euch an diese Szene? Das war nämlich der Anfang. Von dem ersten Kapitel. Er lebt noch. Noch. Erinnerst ihr euch an diese Szene? Und? Was waren wir jetzt? Fahrer. Wir laufen. Guter Plan. An der zweiten Schlaf von Cambray nahmen mehr als 300 Panzer teil. Einen Monat später war der Krieg zu Ende. Ein Monat später war der Krieg zu Ende. Die Kriegsgeschichte abgeschlossen. Kriegsgeschichte abgeschlossen. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Alles klar. Gut. Dann haben wir jetzt die erste Kriegsgeschichte abgeschlossen damit. Es teilt sich halt in fünf Geschichten auf, die natürlich, genau. Und da wir jetzt mal die erste Krieg, die sich die abgeschlossen haben, würde ich sagen, mach mal jetzt schon Schluss heute. Fünf Minuten früher als sonst, aber das macht ja nichts. Dann machen wir nämlich beim nächsten Mal bei der zweiten Episode einflussreiche Freunde weiter. Meines Erachtens sei denn auch schon mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch natürlich das Video gefallen hat, lasst euch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dürfte es natürlich gerne tun. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.